In jedem eurer Projekte werden Arrays irgendwo eine Rolle spielen. Ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, Arrays zu sortieren, umzudrehen, Elemente zu suchen, zu entfernen oder andere Operatoren auf ein Array anzuwenden. In den nächsten Minuten zeige ich euch, was ihr in 2023 für neue Funktionen an die Seite gestellt bekommt, um eure Arbeit zu vereinfachen. Also los geht's! So, die ersten beiden Funktionen, die wir uns ansehen wollen, sind eine Erweiterung bestehender Syntax, die einfach eine nette Ergänzung sind. Wir haben hier ein Array Fruits. Dieser Array besteht in diesem Fall aus sieben Einträgen und wir wollen jetzt die Äpfel in diesem Array finden. Grundsätzlich habe ich hierfür eine Funktion geschrieben, isApple, wo wir die Fruit nehmen und vergleichen, ob es ein Apfel ist oder nicht. Wir können jetzt mit zwei bestehenden JavaScript-Funktionen, zum Beispiel .find, isApple danach suchen und finden jetzt einen Apfel. Dieser Apfel ist natürlich das erste Element und das können wir auch bestätigen, indem wir eine zweite Funktion benutzen, nämlich findIndex isApple und hier bekommen wir den Index 0. Wir finden also das erste Element, weil wir mit diesen beiden Funktionen von rechts nach links beginnen, unseren Array zu durchsuchen. JavaScript hat das jetzt aber erweitert und in ECMAScript 2023 können wir jetzt weitere Funktionen verwenden und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben denselben Ausgangspunkt, unsere Suchfunktion ist Apple existiert weiterhin, allerdings haben wir jetzt findLast. ebenfalls isApple und wir finden jetzt auch wieder einen Apfel natürlich, allerdings dieses Mal diesen Apfel auf der Indexposition 3, was uns auch die zweite Funktion findLastIndex isApple bestätigt, weil hier bekommen wir jetzt den Index 3 zurück. Das ist einfach eine nette Erweiterung, wenn ihr in einem Array nach bestehenden Einträgen sucht, einfach weil es so von hinten nach vorne geht, also von links nach rechts und nicht wie wir es kennen von rechts nach links. Das war das erste Feature, gucken wir uns mal an, was es sonst noch gibt. So, das erste, was wir uns ansehen wollen, ist die Sortierung eines Arrays. Ich erstelle mir jetzt eine Variable sorted und rufe hier eine Methode auf fruits.sort. Das bedeutet, ich erstelle mir eine Referenz auf unseren Ursprungsarray fruits und den sortiere ich. Das hat allerdings einen Nebeneffekt. Und zwar, wenn ich mir jetzt unseren Ursprungsarray logge, würde ich unseren gesamten Ursprungsarray wiederbekommen, allerdings sortiert. Und dasselbe natürlich auch mit meiner Referenz sorted. Also ich habe keine wirkliche Kopie als neue Variable oder ähnliches, sondern ich habe nur eine Referenz auf unseren Ursprungsarray. Und das ist natürlich nicht wirklich schön. Und JavaScript hilft uns hierbei mit einer neuen Methode. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, eine Variable sorted zu erstellen und mit der Methode to sorted eine wirkliche Kopie, also einen Klon unseres Ursprungsarray zu erstellen und nicht nur eine Referenz. Das bedeutet, wenn wir to sorted benutzen, bleibt unser Ursprungsarray bestehen und wird nicht modifiziert, unser sorted Array allerdings jetzt schon. Was heißt, wir haben einen sortierten Array, ohne unseren Ursprungsarray anzufassen. Und warum das praktisch ist, denke ich, weiß jeder, der schon einmal versucht hat, ein Array zu sortieren. Die nächste Array-Operation, die wir uns ansehen wollen, ist das Entfernen eines Elementes aus unserem Array. Hier haben wir in der Vergangenheit immer eine Variable erstellt. Dann haben wir eine Methode aufgerufen, nämlich Punkt Splice. Hier den Start- und Endpunkt definiert und in dem Moment unseren Ursprungsarray verändert. Das bedeutet, wir haben in unserem Fall das erste Element aus unserem Array rausgeschnitten. Das bedeutet auch, dass unsere Variable Splice diesen neuen Array, das neue Element, umfasst, also unseren Apfel. Grundsätzlich können wir so den Ursprungsarray modifizieren und ein bestimmtes Element aus unserem Array schneiden. Hier gibt es jetzt eine nette Ergänzung, die eine neue Methodik hinzufügt. Auch hier haben wir die Ausgangssituation, dass wir uns eine Variable erstellen und eine neue Funktion, nämlich toSplice, aufrufen. Auch hier definieren wir den Start- und Endpunkt. Allerdings hat diese Methode eine komplett andere Aufgabe als Splice, weil wir verändern unseren Ursprungsarray nicht. Ihr seht, er ist komplett gleich geblieben. Allerdings haben wir jetzt einen neuen Array, der aus allem besteht, abgenommen unserem ausgeschnittenen Element. Und das ist eine sehr praktische Erweiterung, finde ich, weil diesen Use Case hatte ich schon in diversen Anforderungen, dass ich nur ein Element entfernen wollte, aber mein Ursprungsarray gar nicht anpassen mochte. In diesem Moment sehr praktische Erweiterung und ich freue mich, dass wir das in Zukunft nutzen können. So, die nächste Methode, die wir uns ansehen wollen, ist Reverse. Und in diesem Moment wollen wir einfach die Reihenfolge unseres Arrays umdrehen. Hierfür erstelle ich meine Variable und erzeuge eine Methode, nämlich fruits.reverse. Das erstellt mir, wie auch bei Sort, eine Referenz auf fruits und bedeutet, ich verändere auch die Reihenfolge meines Ursprungsarrays und natürlich die neue Variable ebenfalls. Das ist kein gewünschtes Verhalten und wie bei Sorted können wir auch hier einfach einen neuen Funktionsaufruf benutzen, nämlich toReversed. Das bedeutet, wir verändern unseren Ursprungsarray nicht, sondern nur unseren neuen Klon, weil auch toReversed erzeugt uns eine Kopie unseres Ursprungsarrays, ohne diesen zu modifizieren. Und warum das praktisch ist, denke ich, weiß jeder von euch in diesem Moment. Die nächste Operation, die wir uns ansehen, ist eine, die sehr, sehr wichtig und in der Vergangenheit relativ nervig war. Wir haben hier wieder unseren Array aus fruits und wir möchten jetzt ein Element verändern, also nicht unseren Array modifizieren, sondern wirklich nur einen einzigen Eintrag in unserem Array irgendwie modifizieren. In dem Moment muss ich ihm als erstes den Index suchen, zum Beispiel über die Variable index und dann mit der Methode indexOf und dann suche ich die Trauben. In dem Moment, wenn ich das tue, bekomme ich jetzt natürlich diesen Eintrag zurück und Index wäre in diesem Fall 2. Das bedeutet auch, ich kann jetzt kontrollieren, ob meine Suchfunktion etwas gefunden hat und dann kann ich mithilfe eines Aufrufs auf mein Array den Index 2 verändern und zum Beispiel hier eine Ananas setzen. Das hätte zur Folge, dass in diesem Moment mein Array verändert wurde und hier die Ananas auf der Position 2 jetzt ist und nicht mehr die Trauben. Also so wurde das in der Vergangenheit gemacht. JavaScript kann das in Zukunft aber deutlich einfacher gestalten. Wir können mich jetzt einfach definieren. Wir haben eine Variable newWiz und rufen jetzt hier eine neue Methode auf, .wiz. Hier definieren wir nur die Indexposition, die wir verändern wollen und danach die Veränderung, die wir durchführen möchten. In dem Moment bleibt unser Ursprungsarray unverändert und wir erstellen uns auch hier eine neue Kopie, allerdings mit dem veränderten Array-Syntax. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, sehr einfache Elemente zu verändern und zu modifizieren und damit weiterzuarbeiten, um beispielsweise Vergleiche oder Ähnliches zu erstellen. Und das finde ich eine extrem praktische Vereinfachung, weil wir das, was wir vorher an ein, zwei Zeilen machen mussten, jetzt mit einer einzigen Methode machen können und das Ganze ist deutlich leserlicher. Was sagt ihr zu diesen Methoden? Seid ihr begeistert davon oder wünscht ihr euch noch andere Methoden, um Arrays und JavaScript zu verändern? Schreibt es doch mal in die Videokommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao! Bis dahin, viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020